kann man malen ja ja auch verbessern bestimmt aber nämlich warte mal vorher dieses combo quark dann nehmen wir das bisschen irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch warte mal letzte stimmung also immer mal fürs ausweichen genau ich glaube dass man das ausweichen erfolge kriegen das ist ein bisschen weniger verbraucht ich glaube das ist ganz praktisch habe ich eben wieder gemerkt oder wer gibt es scheiße ich ja gift mögt er ja wer weit beißt den vergiftet ja na mein Affenfreund ok gore steepten drink though makes a fine tonic to flush malady hey hey young friend be my guest in okay well well all right steak your one more monkey from Mount Ich habe viele von euch kennengelernt. Ich habe den Rang von BIRTH. Ihr dürft ihr mich als Vor-Fahrer bezeichnet. Aber ich bin nur ein altes Monke, verabschiedet von der Mördlichen Welt. Ich habe ein Schild von... Toll. Brauerein, Bravour. Ah ja. Ok. Mhm. naja wird man auf dem freundlich geht dann werner weiten das jetzt ausgerüstet oder das sieht auch cool aus echt okay hi die brauen genau ja mich zu auswählen ja muss man das irgendwie dann ja mix und Oh. Drink all his bliss, without it, the highest court is the day. That's an inherent target, I'll give it a mix run too. Ah, warte mal, ah, so, jetzt hab ich verstanden, wow, okay, jetzt hab ich verstanden. Ja, genau, hier steht es doch, ja, okay, also kann ich das trinken und dann wird es auch Gift weniger, okay, also hab ich das schon richtig gemacht, nur ich hab das absolut gecheckt, ah, okay, na gut, okay, gut zu wissen, welche Energie hab ich jetzt, so ein bisschen leppig drunter gelitten, egal. Obwohl, ganz ehrlich, wir können auch hier über Schritt zurücklaufen und die Energie uns wiederholen und dann den nochmal besiegen und dann gucken wir mal. Genau, das machen wir mal, äh, lauf mal ganz kurz hierher, genau, ja. Genau. Oder ist er, ist er da noch, oder jetzt nicht mehr? Ah, der ist eh weg, ah, sehr gut, siehste. Genau, jetzt hat sich das ja, weil wir als in der Win-Win-Situation. Sehr gut, dass ich es gemacht habe, nice, aber cool, dass ich ein Gift wehren kann. Oh Gott, ich muss immer wieder hendrumpfen. Was bist du denn du, Fahner? Äh, Wolfsum, was bist du denn du? Wow, Aquaman auf Droge oder was? Halt die Fresse. Einfach mal das so. Natürlich, aber verpiss ich dich. Ah, klar. Da wurde ich mich verpübelt. Ja, ich hab doch alles... Oh! Ich hab mal so lange und mich drauf ist eben mal. Arschloch. Ich war doch weg, wir haben Schlüssel gemacht. Wow. Spacken. Ja, warte ja. Nie muss wer mehr. Wow, 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 wow. Was? Ja! Ja! Ja, natürlich! Ja, wow. Wow. Warte, damit kann ich auch rechnen. Mhm. Klar. Oh, scheiße. Was ist das für ein Arsch? Okay, der ist halt, der ist, der ist ein bisschen fieser. Aber die hat man ganz schön viele Boys Fights, ne? Da werden wir ja schon drei, vier Stück aneinander. Also, die sind ja wirklich... Ja, okay. Aber Gott sei Dank haben wir hier verkackt. Und nicht bei dem anderen. Hier ist ein bisschen besser. Ähm. Aber bitte! Die sind ja aber ganz schön oft. Die Boss Fights. Also, wir haben ja hier... Schlag auf Schlag. Mit dem Boss Fight. Ich meine... Wow. Ist das schon irgendwie... Interessant. Na gut, aber wir kriegen ihn hin. Wir kriegen ihn, Leute. Das ist jeder... Das kriegen wir hin. Das kriegen wir, das schaffen wir schon. Weißgewand der Edler. Ja, ja, ja. Edler. Einmal blende ich ihn. Äh, blendet euch schon. Mal so. Habe ich auch keine Ausdauer mehr. Aber scheiß drauf. Wir haben einen guten Start. Ah, aber wir werden alle. Komm, haben wir... Ach, mal reichst du hier. Genau. Als Ob der jetzt alles ausmachen kann. Ich war da vor allem Spezial eingelaufen, oder? Wie geht's doch? Ja gut, Feuer bringt beide nichts. Weil du im Wasser bist. Ja, okay. Ja, okay. Oh, geil. Ich, dass du euch jetzt... Dich zu mir brauchst. Was, der wird ein Affentanz. Ja. Jaaaa! Da haut ihr echt zu oft zu, wenn der dich mal trifft, ey. Das ist ein bisschen mit der Andere. Na gut. Na komm. Oh, Alter. Ich hab ja gar keine... Hallo. Ist immer fertig. Ja, sind wir immer noch weiter. Ja, sind wir immer noch weiter. Wir sind immer noch weiter. Hallo. Ich hab ihn gedrückt. Ja, ich kann mich mal heilen bei dem. Ja, bist du mal fertig. Ja, sehr gut. Ja, jetzt fängt er wieder an. Junge. Wie, wie soll ich dich... Sie verarschen? Ja, wie soll ich den bitte... Ja, okay. Jetzt hab ich ihn. Ja, jetzt hab ich ihn nicht. Ja, tot wieder. Trink doch! Ich hab ihn gedrückt. Er hat jetzt zweimal getrunken. Wow. Und noch einmal trinken. Verstehen. Spacken. Alter, was ist das denn für ein Gegner? Na, tut's weh? Nee. Was? Ähm. Wann wird das denn? Wann wird er mit dir jetzt schon wieder getroffen? Er konnte mich gar nicht... Egal, Saliga kann mich ja in der Lähmung treffen. Ah ja, die Lähmung... Wann man treffen kann. Da. Das darf ich nicht. Ja. Dann bin ich der einfach. Hallo. Nimm mal einen. Trink doch mal. Was ist eine Einladung? Ja, ich war drei Jahre... Ja, ich war Kilometer weit weg von dir. Boah, Alter. Hm. Hm, hm, hm. Wo ist deinem Kopf denn ich war da? Ist das hier einer? Oh, Alter. Okay, dass der hier ein zweites... Zweites Moveset hat. Das ist ja jetzt R-T und L-T. Da steht ja was? R-T und L-T. Komm, wir haben mal alles zu werden. Ah ja, ich weiß nicht was es hier ist, aber... Ah. Da. Da. Huh. Ja, ich habe Torpeden. Was? Wie ist das denn vorbei? Nein, der ist vorbei. Scheiße. Na ja. Ja, hallo. Ich bin auch ausgeweichen, du Stück. Jetzt. Hm. Ich bin weg. Hör doch mal auf zu prügeln. Na ja, frisst das, du Arsch. Ja. Jetzt habe ich den... Genau. Okay, Runde 1 habe ich. Naja, ich lasse dir keine Wahl. Ne, lasse ich auch nicht. Ja, wie kann das denn bitte sein? Ab... Ja. Klar. Alter. Ja, hallo. Hör doch mal auf. Scheiße. Ah, das ist ja... Ich bin ja tot. Den schaffe ich nicht, heute. Nein, schaffe ich heute schon, aber nicht jetzt in dem Fri. Ja, frisst das. Auf die Birne. Niemand. 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 Ich mache auch niemand. Hm. Niemand. Niemand. Nehm. Wollt ihr dem regeneriert? Oh, bitte nicht. Ja, wohl den darf ich eh nicht mehr. Aber... Ja, das ist machbar. Ja, wir laufen. Was? Was kommt denn nicht weit hoch, Stapler? Okay, ist das der letzte oder wie ist das jetzt irgendwie? Ein Final-Boss? Der ist ja ganz anders als die, die wir sonst hatten. Oder ist das vom Bambushain, einfach vom Sumpf, der letzte Sumpfgegner? Irgendwie ist das was. Naja, aber ihn kriegen wir. Das Ende war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Am Ende, wo ich keine Gifte hatte, da war ich in Hustform. Da war ich in Hustform. Weil ich glaube, bisschen, bisschen, erwerten euch die Gifte auch nicht. Ich konnte meine Kombos durchpugeln, bei ihm kann ich es nicht. Waren wir drum. Okay, komm, mein erster Kombo beim Drift. Ja, ich meine, der ist egal, wenn er getroffen wird hier. Klar, er kann doch nur alles wegspielen. Er riecht dann doof. Ja, hallo, ja. Ja, klar, wenn er jetzt... Ja, klar, ich krieg nichts mehr rein von ihm. Klar, ich hab nichts mehr reinbekommen. Krass. Cool. Die Kraft der Wasser. Kannst du es fühlen? Kannst du es fühlen? Ah, fuck. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Weg, weg, weg. Weg von ihm. Weg von ihm. Ja, aber... Na, ich hab zu viel rumgehöpft. Nimm den Drink, nimm den Drink. Weg von ihm. Okay, das war jetzt... Okay, das war ein guter Try. Naja. Jetzt mach ich mal zur... Ja, das ist wohl keine Wahl, ne? Und... Okay, das war jetzt ein guter Try. Ey, ich weiß mir das, was bringt, aber wir können sie mal... Bring mir viel. Ah, viel gebraucht. Fuck, hier wurden... Du bist niemand. Du willst mir sagen... Ah, meine Lähmung reicht nicht. Ich muss meine Lähmung verstärken. Boah, eine längere Lähmung. Hab' mir gedacht. Der Regen, der Ritter Spacken. Nur ganz leicht, aber nur. Aber es hab' ich ein Glück, dass wir vorher in Affen getroffen haben. Dass er uns ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Ja, ist ja gut. Ich verstehe jetzt ein Keks. Ah, ja. Oh, wie die Tage, wo du Scheiße finde. Ey, wenn... Äh... Vielleicht geht er dann noch mal voll. Waaat? Okay, ist der zu Regen, der da. Der hat auch getroffen. Ich hab' gedrückt! Tuck, tuck! Hallo! Tuck 300 Mal drauf und er macht das nicht. Ja, toll. Das ist ja auch doof. Hallo! Klingt doch den letzten Vlog jetzt... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah! Ja! Oh, hallo! Jetzt... Ja, jetzt hängt er fest. Warum? Warum? Ja. Klar. Na, natürlich. Ja, aber man trinkt ja nicht. Äh, so... Ich glaube, es ist immer da, wenn die Animation nicht fertig ist. Dann darf er nicht trinken. Äh, merke, das Spiel merkt sich das nicht. Wenn du drückst, dann musst du auch dann drücken, wenn die Animation fertig ist. Wenn du es innerhalb an den Animationen drückst, dann trinkt er nicht. Ah. Aber diese, diese, diese GIF-Fähigkeit... Hm. Ja, das ist ja eine Pleite. Ja, jetzt mach doch jetzt... Das ist so bescheuert, äh. Ja, einfach alles, dass jemand gegensetzen könnte. Ja, einfach alles so wegkontern kann. Da, wo du bescheuert. Oh, das ist das... Hey, die Klappe, Kollege das war schon. Hm. Oh, wir brauchen guten Lauf gehabt. Ah Gott, okay. Ah, aber noch... Ich kann noch länger warten. okay okay die erste da gar kein probleme ich glaube da kann ich mir auch den den dingen schenken ja okay du halten mir irgendwann nur das stück wo das war sehr gut da kann man von hinten fahrer konnten ausweichen in wichtigsten konnte ausweichen fahrer da ist er wow du wirst du mal weniger labern und mehr kämpfen ich hab ihn schlange schlängelnde Schlange geil okay der war und jetzt du Bastard Walt! No illwill, I bear. I'm merely my brother's eyes and ears. I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny is bleak and stark. In its grip, we share the mark. The Guan Yin temple now lies in Sindas, yet the eldest soul endures. Die Brüte der Gründe immer fosters die Stemme der Suffern. Es ist besser vergessen die Dinge, die Sie wirklich suchen.